Leute, gerade im Ladebildschirm und ich machen es schon lustig, weil wir jetzt zum sechsten Mal hintereinander die gleichen Map spielen. Zu viel Prinzip for the win, ne? Zu viel in einem Prinzip, das ist schon unnormal. Ich gebe wieder gleich auf, auf deren, da hinter unserem B. Ja, bin dabei. Ich vergesse immer, was er ist. Ah, A ist das, ah. Ah, A. Jetzt zeige ich euch den Reckon, wenn ich ihn dann gleich auswählen kann. Oh ja, der ist nice. Ja, der Reckon ist tatsächlich, ja. Wobei, ganz ehrlich, wenn du nur Objective spielst, Juggernaut, ich bin ein bisschen verliebt in den. Ja, wobei, allein wegen der Hellpike bist du damit immer over the top. Da ist der schon Sniper und der hat mich deck geholt. Äh, boah, ich bin ein Smoker. Wuschi, wuschi, wuschi. Keine Ahnung. Ich bin auch tot. Hast du keine Smokin geschmissen? Habe ich, aber ich kann man ja vorgesehen, dass mir seine Hand hat. Auf deren Asen jede Menge Leute. Machen wir uns da erstmal einen Rang hier. Ah, ich habe schon auswählen können. Du gehst aber auch immer komische, du gehst aber auch immer komische Wege. Wirst du nicht über die Mitte? Na, ah. Weiß ich nicht. Ach, was? Dieser dreckige Sniper, Alter. Komm, komm, komm. Ach, scheiße. Ach, scheiße, ja. Ah, scheiße. Ja, mein Leben in reinformen, ja. Ja, sad but true, die Story. Ja, das ist auch immer leider mein Leben in reinformen. Ich bin auf A gekommen, hey. Was? Oh, ne Claim-Off für ne, ne UAV für alle. Ich hoffe, der ein B. Einer ist bei B drin. Ja, der kommt jetzt auch nicht mehr, da, 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 da. Doch, da ist immer noch auf B drin. Ah, ne, der schiebt. Unser Meister. Ja, ja. Ja, 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 achso. Ja, ja, wir warten da, ja, ne. Ist halt kacke, wenn ich B sehe, rede ich halt natürlich. Ja, ja. Das ist halt. Eigentlich müsste man die anders nennen. Oder unsere müssen anders heißen oder was auch immer. Ich geh mal rein. Ja, ich bin jetzt wieder auf A. Einer ist auf D. Ach, dieser Sniper, man. Ja, der ist kackt. Da steht einer mit dem MK46 auf Distanz und holt hier auch alles weg. Ich bin nicht so, wie ich sein könnte. Ja, vor allem unser D wird attackt, unser B wird attackt, unser C ist auch bald nicht mehr so tight am Starten. Wie konnte ich dich denn nicht hören? Ist klar, Junge, Instant Headshot. Du hast echt die, 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 das Händchen dafür. Naja, naja. Ach, mhm. Wir müssen mal B klären. Die schießen die ganze Zeit von der B auf unseren A. Wenn ich sie sehen, sind sie zu klären. Naja. Hey, wie weit wir aber nur B1 sind. Camper at B, Camper at C, Camper at A. Junge. Du hast doch, der hat ein Aim-Bot, Junge. Ernsthaft. Im Laufe zwischen der Deckung, zwischen den Metallstreben hat er mir einen Kopfschuss gegeben. Wem willst du das erzählen, ey? Deiner Mama? Ne, der hab ich gestern noch was ganz anderes erzählt und ich war nicht so raus. Nicht so begeistert, ey. Hab dich, du Wix-Missgeburt. Und jetzt spritze ich deine Oma ins Gesicht. Also Blei. Ach, wie der? Blei. Ey, der kommt um die Ecke mit der Schrot und schießt auf mich. Und der hatte nicht den Instant-Aim-Bot an. Vielleicht nicht, wie, wie? Ja, kann natürlich sein. Ja, friss Blei, du Pussy. Ich muss aber die gleich, wenn wir den Sniper holen. Auf unser B, auf unserem C, auf unserem E, auf D, okay. Einfach mal ein bisschen Flay, man kann's ja. Ich treffe aber auch wieder wie ein Gott, ey. Bin auf DND, komm rüber. Umgehend. Kann ich nicht, bin dort. Ich gleich auch. Hab versucht, auf DND zu kommen. Nein, von Bodo-Arsch-Krampe. Ja, die kommt immer von dem genau entgegengesetzten Bereich, den ich abdecke. Ja. Als könnte es riechen. Ist doch schon normal mittlerweile. Ja. Oh, hab ich dich von hinten gefickt, wie deine Mama gestern, Doggystyle. Ich hab mir ein bisschen mehr Geschmack von dir erwartet. Ja, Mann. Ich hab die gesehen, da hat sich was nach innen verkrochen, was normalerweise außen ist. Ein Bruder, muss, kennst du das? Nein, auch die Mess-Animation war schon deine Wurmbock. Aber mit meinem 2er Pick. Der dreckige Sniper, der hat auf jeden Fall was an, nur ich sag's dir. Von wem redest du denn? ZZ Manis komisch. Ja, genau den meinte ich. Er hat mich schon wieder durch zwei Löcher im System erschossen. Ja gut, er könnte ja auch einfach extrem gut sein, aber er macht halt den Eindruck, dass er sehr komisch ist. Ja, aber ich bin extrem gut, hört auch mal irgendwo aus. Ja, natürlich. Gerade bei One-Shot-Sniper sind im Spiel, da ist er. Ja. Aber ich krieg halt auch der Maße einfach nur auf die Fresse ran. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ich krieg voll auf die Möhre, ja. Boah, ich steh gerade so even und bin richtig im Eimer. Wir stehen so richtig schlecht, was ist denn hier? Ich weiß das Gefühl, Bro. Ridiculous, wa? Pass auf, vor dir ist einer. Bei B? Ich komm von der anderen Seite bei B. Ich bin tot. Der ist reingekommen, ich hatte nicht mehr viel AP und tot. Natürlich steht immer einer hinter mir, das ist doch scheiße. Du, das sagen sich glaube ich auch Profispielers. Wenn ich das will, geh ich in Darkwing. Okay, das ist jetzt. Das ist jetzt ein mieser Witz gewesen. Zu viel Info für mich. Für mich auch. Aber hey, die haben unser B schon zerfickt, wa? Ich bin gerne... Ach, geil. Ja, mit der MP7 hat der mir gerade einen Headshot auf die Distanz zwischen B von uns und deren E gegeben. Ach, komm, erzähl mir keinen. Ja, ey, Leute. Aber sehr souverän, muss ich schon sagen. Ach, deine... Boah, jetzt reicht's, ey. Jetzt ist Ron, sauer. Ron ist mad. Mel, wie ne Bockwurst. Jetzt gleich läuft's hier Winnerd in Style, Amoklauf. War das politisch inkorrekt? Tu, ich bin, ne? Also... Aber... Ja, wahrscheinlich ist es politisch inkorrekt. Sehr wahrscheinlich so. Aber hey! Wo lauf ich denn hier wieder lang? Jetzt move doch mal, du Sackrampe! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, überall... Klaritus hat auf jeden Fall an. Karrelitus. Hätten mir jetzt schon wieder den x-ten Headshot gegeben. Vom allerfeinsten. Ja, läuft gerade echt nicht gut. Ne. Und auch sehr schlecht. Ja. Ach, moah, natürlich kommt eines nahe. In unserem B stehen ungefähr vier Claymores. Geht er nicht rein, hinter dir ist auf jeden Fall. In unserem B sind auch gefühlt fünf Leute drin. Boah, ich hätte jetzt auf 15 gesetzt, aber ja. Grob. Grob die Richtung, ne? Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, wir lassen uns richtig vergewaltigen. Das ist richtig. Und traurig, aber richtig. Ja, tut auch weh. Aber halt ist halt so. Was soll ich sagen? Ach komm, hey. Ich habe lieber einen zärtlichen Fick, als das, was ich gerade abkriege hier. Das verstehe ich sogar. Aber im Gegnerteam sind schon ein paar. Also... Unser E wird zerschreddert, unser C wird zerschreddert. Da hast du noch so ein paar Leute, die vielleicht vollkommen legit sind, aber die aufgrund von was auch immer nicht sterben müssen. Scheint dann ganz anders. Ja, durch Lex oder so'n Scheiß. Oder was weiß ich nicht was. Aber da steht auch ein Geschütz direkt um die Ecke bei unserem... Ach, das hat mich angefickt. Gut, der SD um die Ecke, wa? Der hat gerade einen mit seinen eigenen Claymore gekillt, den ich mich geopfert habe. Hat aber schon... Nein, der war jetzt hier direkt da, wo wir alles spawnen. Also, wirklich direkt. Ja, gut, aber es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein in dem Spiel, wo es das nicht gibt, das einzuprogrammieren, weil du musst ja deine Area sperren. Und das hat das Spiel ja nicht. Das ist ein Argument. Also, wenn das Spiel es hätte, würde ich sagen, ja, ey, Azad ändern, bitte. Danke. Oder Azad, mir egal, aber anders. Wenn Azad das ändert, das wäre cool. Azad ist der Boss, Azad kann das alles. Azad kann das auch, da bin ich mir sicher. Wenn es einer kann, dann kann es Azad. Wobei, wobei ich ja mal gespannt bin, dieses Trap-Album. Ich bin ja noch nicht davon überzeugt, ich stehe ja zurzeit voll auf Trap. Ich bin ja da... Junge, schieb dir deine versiffte Mami in den Popo. Tut er aber jeden Abend, mit seinem Vater. Naja, der Vater schiebt jemand ganz anderes in den Arsch, während er sich... Naja. Das kann nicht sein, wie stark wir einfach nur auf die Fresse kriegen gerade. Das kann nicht nur, das ist sogar so. Ja, danke, danke, Herr. Ja, neunmal klug. Achtmal klug, wenn ich mir überlege. Aber wenn ich mir überlege, wir haben einen mit 18.000 Destruction-Punkten, mich mit 5.000, was schon wenig ist. Und danach kommt keiner mehr. Also so gefühlt kommt dann einfach gar keiner mehr. Ich krieg hier auch mit... Er, der gibt mir mit der Scheiß MK46 Headshots. Auf... vom Dach. Ich schaff hier... ich hab die Klinge mal nicht getroffen, das kann ich nicht... Warte. Liebe Leute, diese Folge werde ich nie zum Gesicht bekommen, während ihr sie schaut. Glaub mir, ihr werdet sie nie zum Gesicht bekommen. Ehrlich, das war... Team's Legend. Nein, kein... Team's Legend. Ich hab gar nicht mehr als Zeug in der Hand, dann kommt die Nell angefangen. Oh, tödlich. Ja, gut, ist halt Bad Luck, der hat er ja nicht getimed, aber ist halt, ne? Ist halt auch übelst, äh... Unlucky in so einem Moment. Haben wir überhaupt eins zerstört? Ja, komm, dreht sich zur Seite, gibt mir einen Headshot, dreht sich nach vorne, gibt einem anderen einen Headshot. In einem Winkel, der unmöglich ist. Erzähl dir doch keine Scheiß... Zets House Kill is pronounced, meine Freunde. H.A.C.K. Ja? Jaja, natürlich. Nix anderes gesagt. That's not how I pronounce kill, that is how I pronounce Hurensohn. Ja, he, 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 komische Sprache. Komische deutsche Sprache an dir. Alter, zwei Leute mit dem RPG-Mil-Selbstgleich mit, gibt dir. War das Absicht? War das das Suicide Squad, oder...? Das war, einer stand vor mir, und ich dachte mir vor, ich sterbe, nehme ich einen mit. also der hat mich durch die säule erschossen da komm jetzt hier kein durch die säule von der anderen seite aus dem wir zweimal so auf die fresse gegeben haben wir jetzt verloren wie kann man eigentlich geg schreibt wie kann man da gegen die schreiben sie ist wie kann man denn im team was mit ich dafür noch promoten ich wollte einfach tot schweigen aber das nennt sich genital herpes ja das ist schlimmer als genital herpes bis dahin wir sind cool